so jetzt wollen wir mal gucken also so stelle ich mir die perfekte bunker base vor die so roleplayer technisch aussieht ich muss es leider nach vertonen weil ich gemerkt habe ja ich habe leider die aufzeichnung ein bisschen versaut aber ist ja überhaupt kein problem so womit fangen wir an jetzt fange ich als erstes mal so mit dem bunker an ich nehme wieder wie immer die klassische bunker base die ich immer benutze aber diesmal habe ich halt was anderes vor ich möchte sie ja ich möchte sie nicht ganz so hoch setzen was heißt ich möchte in der bunker base spawn können so dass die ganze dass der ganze boden in dem bereich der jetzt ein bisschen tiefer gesetztes einbricht jetzt wird erstmal alles schön stein genau das mache ich jetzt gut so den hinteren teil den möchte ich da mache ich das fundament mache ich weg das holz fundament hier wie man sieht bei euch ein bisschen scheiße von anfangen ja aber das wird dann am ende auch noch ausgebessert werden auf jeden fall möchte ich halt dieses fundament weg haben aber jetzt wo ich erst mal ein bauschrank ist logisch habe ich auch wieder vergessen deswegen erst mal bauschrank setzen so da kommt schon baby setzt den bauschrank so bauschrank gesetzt jetzt machen wir roll player technisch wieder jetzt können wir das auch so weg sehr gut sehr schön gut da kann ich natürlich wieder keine hinsetzen kann ja auch nicht immer alles hundertprozentig klappen ich denke mal ich habe da schon eine ganz gute stelle gefunden wo ich bauen kann so jetzt nämlich dieses fundament nämlich weg um da unten mein schlafsack zu setzen das problem ist nämlich dass man halt uns nicht genug kopfhöhe hat um zu spawnen weil ich halt nur ein extrem kleinen bunker haben möchte so jetzt möchte ich das zu stein das andere auch zu stein da kommt schon baby machst naja gut also setzen wir erst mal unsere türen unsere wände irgendwann mal weil das teil soll wie gesagt so wie immer bei mir aussehen wie so eine verdammte roleplayer besser ich bin ich bin auch eigentlich ein roleplayer das muss ich dazu sagen roleplayer und trappen das ist so meins so jetzt mal schneller mein freund so jetzt erstmal überall unsere wände ist mit stein auf welche idee bin ich jetzt gekommen ach genau ich wollte die night time weg weil das ist doch ein bisschen lästig gerade so um so eine besen zu zeigen da gehe ich dann immer auf model server die relativ leer sind damit ich dann halt meine ruhe habe ich sehe gerade nicht ach genau ich nehme schön überall dächer draufsetzen so wie es als roleplayer sein muss diesmal habe ich den bauschrank auch oben hingesetzt weil in der bunker base möchte ich halt nur meinen wichtigsten stuff aufbewahren wie zum beispiel waffen oder ressourcen halt so nur dass im bauschrank halt nur das nötigste drin ist was sagen wir mal für 24 oder 36 stunden reicht und der rest ist dann alles im bunker halt wenn man nicht gerade auf den großen klagen trifft dürfte das auch überhaupt kein problem sein weil normale player die zerbomben hallen einem halt nicht die ganze base so jetzt möchte ich den bunker noch ein bisschen mehr aus stein so was mache ich denn jetzt stimmt jetzt baue ich überall ein paar wände hin damit man dann von draußen nicht so reingucken kann dass da wenn ich online bin dann würde man natürlich sehen dass dann bunker ist weil das bleibt die zeit lang dann natürlich offen wenn man das haus verlässt macht man den ja nicht jedes mal direkt zu so jetzt kommt gleich der erste fehler den ich mache glaube ich jetzt werde ich erstmal noch alles in stein meistern sozusagen überall türen reinsetzen eine sache haben wir überall unsere türen drin hier machen wir auch noch eine sichtschutz wand so fertig jetzt hat er wieder kein holz mehr so wie immer also schwuppdiwupp raus holz hatten so wie man sehen kann ist die base auch leider nur halbfertig da bin ich dann auch erst später auf die idee gekommen ich weiß gar nicht ob ich sie jetzt ist aber so jetzt machen wir erstmal türen zack ich mache jedes mal die türen zu bin ich halt von offiziellen servern gewohnt weil auch mode servern gehen die in der regel von alleine zu so und was machen wir jetzt sitzen wir ein paar kisten genau jetzt hat sich ein paar kisten oben hin im bunker normalerweise würde ich da jetzt noch ein paar stühle und tische hinsetzen aber die habe ich jetzt gerade nicht am start so dann würden in dem bunker auch noch ein paar kisten gesetzt werden irgendwie und in die kisten was man natürlich nie vergessen darf zwei schwerter oder zwei beide oder oder spitz hacken oder irgendwas reinlegen damit man sich halt nachher wieder befreien kann aus dem bunker so und ich glaube jetzt werde ich gleich den fehler machen der mich dann mal wieder ein paar minuten meines lebens kostet was heißt wenn ich am ende den bunker verschließen will was ich auch jetzt tue würde ich glaube ich was ich jetzt tun werde vielleicht genau ich würde da vollkommen unnötig braucht man nicht kann man einfach mal weglassen was aus stein machen und die zwischenwand die da es ist vollkommen unnötig weil ich hinten doch eine zwischenwand setzte was ich jetzt tun werde und und aus holz natürlich soft seit nach innen so fertig ist der bunker so ich weiß jetzt nicht bis wo ich geredet hat aber ihr habt es ja gesehen wie es am endeffekt gemacht aber wir können es ja auch einfach noch mal ich mache es einfach noch mal im endeffekt ist wichtig dass ihr am ende kurz bevor ihr offline geht hier unten in diesem wundervollen luke room oder beziehungsweise da wo er back drin ist dass ihr da ein paar schwerter drin liegen lasst das ist wichtig und jetzt sind wir gefangen okay das war jetzt nicht so geil okay gleiches spiel noch mal also wir machen eine wand soft seit nach innen zum schlafsack und holz warum holz ganz einfach wenn einer mit raketen kommt okay dann irgendwann zerballern so und so oder so es ist scheißegal oder euren 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 bunker aber das holz geht wenigstens das normale holz geht wenigstens nicht sofort kaputt so jetzt setzen wir da einfach zack drüber 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 jetzt haben wir fehler gemacht ne doch nicht haben wir nicht und fertig so beim letzten mal habe ich anders gemacht aber es ist nicht so schlimm es klappt ja so auch ganz gut so haben wir dann noch also wie ich es machen würde auch als roleplayer ich würde sowas machen beim so und dann würde ich hier halt da will ich ein gepanzerten fenster aus verstärkten glas will ich davor machen das wäre das was ich halt so machen würde ja auf jeden fall zack ihr geht jetzt offline werft ihr oben werft ihr euren ganzen scheißlut rein muss ja nicht der ganze voll kack sein aber ist egal so jetzt gehen wir offline gehen wir in den bag ok wir sind unten im loot room drinne und wir waren so geil dass wir einfach mal kein dings mitgenommen haben kein hammer ok kill jetzt haben wir ein richtiges problem okay go 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 so jetzt bin ich in der anderen welt die ich mal probe halber gebaut habe aufgewacht glücklicherweise ist die nicht so weit von meinem weg entfernt ach man deswegen in diesem teil hier werde ich dann auch ab jetzt spulen das tut mir leid das tut mir so leid das wollte ich jetzt eigentlich nicht tun aber ich will euch das einfach jetzt mal richtig komplett zeigen so so jetzt würden wir hier schnell unseren ofen bauen ofen 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 wo ist unser ofen ja dafür brauche ich holz ich habe natürlich wieder kein holz mehr aber ist ja nicht so schlimm es geht hier recht schnell wir wollen es auch jetzt mal komplett und richtig machen so jetzt machen wir unsere roleplay aber erstmal schnell fertig zack jetzt würde ich hier schnell aufs dach auf flitzen zack da kommt schon baby so roleplay aber ist fertig zack ja jetzt machen wir hier noch ein bisschen was kitschiges hin so hier so hier kommen diese niedrigen wände so das war jetzt nicht so der grundgedanke das stein zu machen dann machen wir hier noch so ein stützrahmen hin so jetzt sieht das hier schon mal wunderschön aus jetzt würde ich mir sagen wir mal einen ofen bauen zwei öfen bauen ich weiß es nicht wir können einen ofen bauen reicht auch aus so rein damit das rein wird auch direkt aufgeteilt dem server hier ein bisschen was lecken man keine ahnung warum aber jetzt müssen wir uns übergeben aber es reicht jetzt ich habe so viele pilze gegessen was natürlich niemals fehlen darf so sind diese wundervollen dinge fenster worden sagt nein falsche richtung kommt nein falsche richtung nein aha ihr nervt hallo wir machen es von innen soll es so fertig ja so jetzt haben wir das schnappen uns die bauen sagen wir mal ein paar äxte so die äxte würden wir uns natürlich hier unten rein legen mit unserem ganzen guten stuff den wir so haben und zwei drei äxte so so dann kommen wir natürlich mal wieder nicht raus so jetzt hätten wir hier den stein nehmen wir unten rein werfen das war jetzt aber nicht der masterplan von mir so ein bisschen holz fertig jetzt will ich mal einen stein wieder haben so gut jetzt gehen wir offline jetzt haben wir vor offline zu gehen was heißt wir bauen erstmal hier eine halb hohe wand hin drehen die machen die aus holz mit der soft zeit nach innen da wo wir unsere äxte verstaut haben dann legen wir haben wir das darüber dann haben wir das darüber dann haben wir das darüber und können das erstmal ganz geschmeidig aus stein machen so jetzt gehen wir dann natürlich offline was heißt wir schmeißen hier unsere ganzen super tollen ressourcen rein nein das behalte ich mal kurz dass unser guten staff waffen und sowas haben wir natürlich unten hier oben haben wir vielleicht ein paar kisten mit ja was weiß ich pfeilbogen und den ganzen blödsinn den kein mensch braucht so dann würden wir jetzt dings ganz so einfach wie man ja auch nicht machen wenn einer rein kommt okay jetzt gehen wir offline vorher würde ich natürlich hier drin noch ein bisschen ausschmücken ob ich hier oben immer was drauf stellen würde weiß ich nicht so genau weil das problem ist halt wie man gleich sehen wird erstmal den ganzen shit in der kiste zack 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 alles in die kisten so dann gehen wir offline wir killen uns natürlich danach wenn wir wenn wir wieder aufwachen und die base nicht geradet sein sollte dann bauen wir in unserem schlafsack wo wir sind in unserem schlafsack gespawnt dann geht's los beziehungsweise wir zerhacken einfach mal die halb hohe holzwand was man natürlich nie vergessen darf ist hier unten ressourcen drin zu lagern man kann vielleicht auch noch einen ofen hier unten rein stellen an äh la 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 na gut man braucht ein bisschen über über eine axt also immer schön brav 22 extra liegen haben und schon bricht einfach der ganze bunker zusammen mit weiter ausführen so weil ich euch hat mal zeigen wollen will wie ich es machen würde ich würde mir halt jetzt mal ein paar ressourcen schnappen würde mir erstmal so ein paar regale hinstellen regale sind immer wichtig dann boxen boxenregale haben wir das ist die stelle die geht kaputt also die lassen wir einfach mal aber wir können das regal glaube ich hier vorne ein bisschen drüber stellen ohne dass es zusammenbricht dann würden wir uns die boxen schnappen würden in die boxen natürlich nur den größten shit reinlegen den kein mensch braucht so was wie beschissene kleidung oder in so ein blödsinn was halt zu verschmerzen ist wenn die abhanden kommen sagen wir es mal so so dann hier noch eine box rein hier noch eine box rein so da würden wir halt unseren ganzen shit reinlegen dann würden wir als tarnung halt noch was brauchen wir hier für metallfragmente ok haben wir ja jetzt genug wenn wir ein paar stühle bauen vier stühle reichen aus vielleicht noch wenn wir bauen können ein tischchen so dann stellen wir hier noch irgendwo einfach mal ein regal hin wohin auch immer ist egal ich weiß es nicht genau wenn die hier weg nehmen die ganzen kleinen boxen sind relativ unwichtig auch mehr platz für unseren überflüssigen krempel so können das regal auch direkt hier vorstellen so dann haben wir hier die kleinen boxen stellen wir auch hier rein so sieht das wundervoll aus hier in der mitte stellen wir in die mitte stellen wir einfach ein paar stühle zwei tische die wir haben wofür ich auch immer zwei gebaut habe aber ist egal so perfekt zacka dann hier vielleicht noch ein stühlchen hin dabei ja noch die ressourcen haben nehmen wir noch ein stühlchen so hier ist egal wo irgendwo halt so was nehmen wir denn noch haben wir noch tierfett natürlich nicht jetzt muss ich mal auf den schrank zugreifen ok wir stellen jetzt vor dass wir das scheißegal wir schmeißen es weg und wieder haben wir eine pilz vergiftung ich wollte euch gerade zeigen was noch nicht fehlen darf aber wir haben leider ja wir können es einfach warten wir wollten jetzt erstmal die night time weg wo es gibt night time so dann wollen wir noch ein bisschen anderes hier so was brauchen wir wir brauchen wir sind ja die die vorzeige sowas nehmen wir auch einen ofen vielleicht können wir ihn auch immer noch hinstellen so was brauchen wir hier für kraftstoff leere tunverstoße ok haben wir jetzt nicht aber wir haben noch anderen deko schnick schnack so da kann ich jetzt leider nichts mehr drauf stellen wir könnten hoffen dass er vielleicht nicht komplett zusammenbricht aber nein da stellen wir nicht hin da stellen wir ihn auch nicht hin ok wir lassen den ofen jetzt einfach mal weg wir schmeißen wir brauchen keinen ofen aber dafür haben wir ja noch diesen wundervollen grill den können wir ja auch noch hinstellen so leuchte uns ein bisschen ich muss mir selber merken dann bauen wir noch schnell weil wir sollen wollen ja alles das ist so dass wir mal schnell so das haben wir jetzt davor erst mal gehen wir kurz bevor wir offline gehen nötige ressourcen da rein die wichtigen ressourcen natürlich alle unten rein in den bunker die wo wir mit dem wir vorhin schon verschlossen haben bevor wir mit dem mit dem schmücken unseres raums begonnen haben so dann würden wir jetzt erstmal offline gehen verbindung trennen komm baby rast und dann würden wir uns am nächsten tag natürlich neu anmelden verbinden bitte so der nächste tag wir wachen auf schnappen uns jetzt erstmal unseren ganzen krempel ok schnappen uns unseren ganzen krempel wenn die base noch steht und nicht geradet wurde erstmal alles in die kiste egal so dann spawnen wir in unserem schlafsack schnappen uns unseren bereit gelegten unser bereit gelegtes beil passt perfekt so es ist alles zusammengebrochen so jetzt möchte ich euch so alles wieder zusammengebrochen wir schnappen uns wieder unsere wundervollen klamotten aus dem bauschrank aus dem bauschrank aus der kiste ja und schon geht das ganze spiel am nächsten tag von vorne los vorsorglich würde ich persönlich jetzt schon mal ein bisschen holz schnappen bisschen davon schnappen mir ein paar extra auf vorrat bauen und halt eben mal ex die hier unten drin liegen haben sie sicher ist sicher ich weiß jetzt nicht ob wir wir können es versuchen ob wir da unten vielleicht was noch sehr geil wäre wenn wir einen ofen da unten rein kriegen würden aber das kann ich nicht mit sicherheit sagen dass das funktioniert aber wir können es halt einfach mal gucken uns fehlen noch steine zack ofen vielleicht haben wir noch ein bisschen platz für den ofen da unten drin das wäre natürlich mega nice wir können es noch mal anders hier gestalten vielleicht so ein ofen wäre da drin unten noch ganz mega cool ja so dann würden wir das ding hier nochmal weg snappen dann gucken wir das war unseren schlafsack da ein bisschen anders positionieren vielleicht kann ich ihn auch so hinlegen perfekt perfekt so hat man sogar noch seinen ofen da unten drin alles ist mega nice so ich hoffe das video hat euch gefallen ich werde das jetzt noch mal zu bauen zack nach innen altes spiel klappt das alles noch so wie es soll und da auch noch was heißt im endeffekt könnte man sogar weil man den teil gar nicht braucht dieses hier hinten diesen hinteren teil auch noch auf die gleiche höhe bauen wie diese fundamente dann hat man halt nur das hier als bunker in der mitte ist halt jedem selber überlassen wie er es macht aber ich denke mal das ist schon eine ganz gute lösung für den bunker dann hätten wir uns gleich den ganzen shit hier wieder sagt sagt aufgestellt ein studier hin tisch dahin da kommen baby so so ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal